Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe nichts mehr von dir gehört, du hast dich verdrückt Mein Sohn, ich sollte bei ihm sein Mein Vater war nicht bei mir und was ist aus mir geworden? Wie willst du uns ernähren? Ich wischte keinen Beruf, in dem ich lieber arbeiten würde Du bist zu intelligent, du könntest machen, was du willst Ich verstehe nicht, warum du gerade das machst Ich bin ein Kopfscher Du hast ein Kind, du willst dieses Kind ernähren Das solltest du mit deinem Talent tun Und dein Talent ist... ...ne Gabe Okay, alle, die leben wollen, Hände hoch Na, los! 1-0-5, wir verfolgen den Tatverdächtigen 1-0-4, das Mundrat im Blick Sag ihm, das ist von mir Ich bleib sein Vater Ich kann ihm was schenken Ich bin Officer DeLuca, wir durchsuchen ihr Haus Warum? Wir suchen das Geld, das Luke Lenden ihnen möglicherweise gegeben hat 14 Riesen Der Löwenanteil geht an unseren Helden Das ist ihr Problem Das ist unser Problem und ich mache sie darauf aufmerksam, weil ich das tun muss Ich will zwei an einem Tag machen Du, aufstehen! Ich lasse nicht zu, dass du uns beide fertig machst Es gibt einen Ausweg, aber der wird dir nicht gefangen Weißt du was, Luke? Wenn du fährst wie ein Blitz Wird es dich erwischen wie ein Donnerschlag